Hallo ihr Lieben aus Mallorca, heute mal wieder ein seit langer Zeit mal wieder ein Tagesbericht, ein Video zur Lage der Nation, nein zur Lage von Mallorca, zur Lage, ja wie ist es hier? Ja, es hat alles auf, soweit wir es mitbekommen haben, ist jetzt Mallorca heute doch nicht von Deutschland zum Hochrisikogebiet erklärt worden, sondern ist weiterhin normales Risikogebiet, was nach wie vor bedeutet, dass man nach Mallorca fliegen darf, vor allem auch Familien mit Kindern, ohne bei Rückkehr in Quarantäne zu müssen. Das ist ja das Wichtigste auch für die Kunden von uns, ne? Das ist so viele Leute einfach das Wichtigste. Keine Hemmschwelle haben herzukommen. Genau, was wir aktuell feststellen ist, dass die Insel, obwohl es in manchen Ecken sehr voll ist, also ich sag mal, Calaradiada soll sehr voll sein, der Markt von Arta ist sehr voll. Aber man merkt, in Palmas ist es doch immer noch relativ ruhig, es ist relativ wenig Bewegung, es ist eine sehr sehr junge Bewegung da, also man hat gerade das Gefühl, dass sich viele Ältere, auch bereits durchgeimpfte, sagen, naja gut, eher vielleicht nicht Mallorca oder vielleicht auch eher zu Hause bleiben, keine Ahnung, es sind sehr viele junge Leute da und die Stadt ist immer noch relativ ruhig, aber es ist Bewegung und ja, ein bisschen. Ja, das haben wir schon seit ein paar Tagen, also viel los ist wirklich nicht. Und es ist das Gefühl schon wieder teilweise wie Wintertage. Gut, dass Patrick jetzt zweimal oder ein, zweimal in der Woche auf die Weinfelder geht, dass wir da wenigstens ein bisschen Bewegung haben und auch einfach auf andere Gedanken kommen. Dieses Jahr wird, wissen wir beide, noch sehr schwierig werden, aber wir packen das dank eurer Hilfe natürlich und wir halten euch auf dem Laufenden, wie der Status Quo ist und auch zu unseren Produkten, wenn wir neue rausbringen, halten wir euch natürlich auch auf den Laufenden. Ja, ich guck mal nachher, dass ihr noch ein paar Eindrücke von draußen heute mal macht. Es ist ja auch gerade relativ warm, wobei es vor drei, vier Tagen, glaube ich, ganz angenehm abgekühlt hat um fünf, sechs Grad. Ja, so dass es abends nicht mehr so heiß ist, wie es vorher war und ja, ansonsten bleibt allen, um zu sagen, wenn ihr nach Mallorca wollt, kommt, ja, auch wenn die Inzidenz hoch ist. Unsere Zahlen in den Krankenhäusern sind natürlich aufgestiegen, ist klar, aber auch da ist es so, dass wir noch absolut im grünen Bereich sind und ja, wer kommt, halt einfach ein bisschen darauf achten, wie er sich verhält und ja, dann sollte das auch hoffentlich kein Problem sein und dann hoffen wir, dass bald mal die Zahlen wieder runtergehen und dass wir dieses leidige Thema bald hinter uns haben und es halt irgendwie einfach wieder normal läuft und sich keiner mehr Gedanken machen muss, kann ich fliegen, kann ich nicht fliegen, muss ich vielleicht, wenn ich zurückgehen, in Quarantäne oder muss ich nicht in Quarantäne, sondern wir hoffen alle, dass es bald wieder normal wird, dass ich einfach entscheiden kann, ich fliege ohne mir irgendwie oder ich fahre irgendwo hin oder ich mache dies oder jenes, ohne mir irgendwelche Gedanken machen zu müssen. Ja, genau. Deshalb, wie gesagt, haltet uns die Treue und ja, kontrolliert oder schaut einfach auf die Social Networks, äh, Social... Auf die Social Networks, auf die Social Networks, vollkommen richtig, YouTube, Facebook, Instagram, ja, genau, sind die Social Networks, sind die Networks, genau, richtig. Also haltet euch, ne, haltet oder wir halten durch für euch, wir hoffen auch noch, dass wir einige von euch dieses Jahr auf der Insel sehen, freuen wir uns sehr drüber, haben dann ein, zwei Tage noch ein bisschen Zeit, eine Sonntagsaugenblick, unser Feiertag und wenn er kommt, dass wir mal gemeinsam irgendwo essen gehen können, was trinken gehen können, freuen wir uns sehr. Genau, wie viele von euch wissen, ist ja die Mitarbeiterin Meg, die hat ein bisschen Probleme mit ihrer, ja, Planung und die ist jetzt leider wieder in Cap de Pera in ihrem alten Stadthaus, das sie schon lange haben und natürlich von Cap de Pera kann sie nicht mehr hierher fahren jeden Tag, das rechnet sich halt für sie in keinster Weise. Dementsprechend sind wir jetzt alleine leider im Laden, leider haben wir unsere Perle verloren und dementsprechend arbeiten halt gerade von Montag bis Samstag, aber ist auch okay. Dieses Jahr schafft er das so. Und dieses Jahr machen wir das so und ich bleib dann halt ab und zu daheim und lege mich in den Pool, dann mag ich da arbeiten. Wie immer, so kennt man ihn ja auch. Und dann passt das schon, dann kriegt man das schon alles hin. Sorry, wenn es heute ein bisschen wackelt, ich habe leider keinen Gimbel dabei, der liegt zu Hause, hier in unserer Straße. Ja gut, die Baustelle, aber die geht sogar von der Lautstärke, die arbeiten relativ angenehm und so sieht gerade der Platz aus. Hier drüben ist immer ein bisschen Bewegung, da sind Rafa, der Fahrradladen, das Kaffee, wo beim Kaffee ist immer ein bisschen was los. Da ist ja an der Koreasprinzipal, an der Hauptpost vorbei. Auch hier, ja für die Jahreszeit sehr, sehr ruhig, wenn wir immer in Hochsaison, aber wie wir schon sagten, ein bisschen Bewegung ist, aber leider noch nicht so, wie es in Palma normal ist. Viel mehr Bewegung hat es, wie gesagt, in Arenal, Bayer de Palma, Cala Radiada, aber auch, kann ich auch noch vom Hören sagen, müssen wir mal die Tage hinfahren, weiß ich jetzt nicht live, wie es wirklich dort vor Ort ist. Jetzt bin ich auf den Borne, eine der Hauptstraßen hier. Hier haben wir natürlich immer Bewegung, hier sind immer Leute unterwegs, aber auch egal, egal wann. Vor dem Ort schon. Da habe ich geöffnet, Gastronomie draußen ist, was los. Also ich glaube, hier ist gerade so die Straße, wo am meisten Bewegung ist. Einfach mal ein paar Eindrücke. Und nachher schauen, wie der Ton ist, weil ich habe heute auch das Mikrofon nicht dabei ist, das externe. Aber, denkt mal, das geht dann nachher alles. Schauen wir mal. Einmal hier durch die Kleinhauenstraßen durch. Und dann mal noch schauen. Hier ist halt unten, wie man in der Kalkedrale aussieht. Da gehe ich auch mal noch kurz hin. Hier ist eine typisch kleine Nebenstraße. Kein Mensch. Graz hier. Ein kurzer Ausflug vor die Kathedrale. Ein Foto, ein Bild, ein Video. Das ist auch immer, wenn es um Palma geht, irgendwie mit drin sein muss. Und nach meinem Rundengang auf Palma zurück. Am Laden. Jetzt bin ich zurück, habe ein paar Eindrücke von Palma für euch gesammelt und im Video mit reingeschnitten. Und damit sagen wir Bye-bye. Bleibt uns gewogen. Wenn irgendwas ist, wenn ihr Fragen habt, ihr dürft uns immer auch gerne direkt anschreiben, wenn was ist. Wenn wir sie geantworten können, geantworten wir sie gerne. Ihr habt fast alle die WhatsApp-Nummer von Sandra. Genau, wenn ihr mal dieses Jahr noch ein, zwei tolle Weintouren mit uns machen wollt. Die machen wir immer in ganz, ganz kleinen Rahmen. Und meldet euch dazu einfach dann, wenn ihr Lust habt, mal mitzukommen. So machen wir das. Euch einen schönen Tag. Alles Liebe euch. Einen guten Tag nach Deutschland. Ciao. Adios. Jetzt der Abspann für unsere YouTube-Follower oder unser Video auf YouTube. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wir brauchen noch unbedingt Abonnenten auf YouTube. Das heißt, Daumen nach oben. Folgt uns auf YouTube, macht die Klingel an, um einfach uns zu unterstützen. Wir wollen auch gerne mal irgendwann auf YouTube für euch live gehen. Das heißt, mit dem Handy raus und einfach mal live Eindrücke auf YouTube für euch sammeln. Das geht nur, wenn wir noch ein paar Abonnenten gewinnen. Vorher geht das nicht. Daher Daumen hoch. Wir haben uns sehr freuen. Und uns abonnieren. Genau. Macht es gut. Tschüss. Adios. Auf Wiedersehen. Ciao.